Ich war neulich auf Ansitzjagd in Hirschfelden und hab dazu den neuen elektronischen Koller mitgenommen. Ich hab ihn ca. 120 Meter vom Jägerstand entfernt aufgestellt. Ich hab ihn auf Rehe aktiviert und dann gewartet. Es hat nicht lang gedauert und das erste Rehe kam. Allerdings war das erstmal nur ein kleines Weibchen. Ich konnt's gar nicht glauben, aber kurz Zeit später war das ganze Feld voller Tiere. Sogar ein Rotirsch hat vorbeigeschaut. Ich war aber heute auf der Suche nach dem schönen Rehbock und auch der ist aufgetaucht. Ich hab die neue Moradi rausgeholt und gehofft, dass er sich gut positioniert. Er war anfangs noch ein bisschen unruhig, ist dann aber stehen geblieben. Und nachdem die neue Waffe übertrieben viel Power hat, hab ich mein Glück versucht. Und so hat mir der neue Koller den ersten schönen Rehbock auf Ansitzjagd beschert.